Oh, ich bin nicht passen, wie viele MTFs sind hier drinnen? Die Boi! Wir haben zwei Doktoren! Ich bin nicht infiziert, zwei! Es gibt zwei Herr Doktoren! Der Hacker ist hier wieder! Hallo Herr Hacker! Wie geht's? Ich werde weg teleportiert! Ich bin nicht infiziert! Herr Doktor, fragen Sie doch! Ich dachte gerade, ich werde Computer und dann das! Ja! Ich hatte schon viele solche Momente! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Boi! Die Boi! Die Boi! Ich bin nicht infiziert! Ich bin nicht infiziert! Ich habe ihn raus! Ich bin kein Bankreiter! Thomas, du bist mein wertvollster Schatz, komm mit mir! Ich habe hier Medikamente oder? Das ist meine Geisel. Ja, erst mal einfach. Die Bäume, komm! Oder so. Wir brauchen den Dikamenten. Kriegsfeld, deine Drogen. Braucht ihr aber zu halten, müssen die Anstrengung. Das, was? Warum bist du so, Thomas? Nur das Protokoll. Warte, es lebt noch immer. Es lebt noch immer. Thomas, du machst den Scheiß, lass die Finger davon. Verpfiffst heute nicht deine Drogen. Doch, doch, komm gut, komm gut. Geht da rein, ich drücke. Rein, dann. Ich hatte irgendwie gerade Angst, das ist wirklich. Was scheint der denn? Äh, ich kann ihn vertrauen, das ist wahr. Ich bin ja zu human. Und. Na, stehen. Oh, hey. Das vorbeiratst du. Ich hab ne Aufnahme. Ich hab ne Aufnahme. Ich weiß, wie das du aufmachen. Was ist? Weder weg. Weg von dem Fall. Weg weg. Der PC. Oh ne! PC! Wenn du mich siehst, ich geb dir alles! Nein! Schmeckt gut? Ich muss ihn auf, was ich? Es war ein guter Schmeck. Ich habe ihn auf! Es war, ich bin hier. Es ist nicht so. Ich bin hier. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Soll ich den Gasbefehl aufführen? Was? Den Gasbefehl zu töten Von? Hier unten, das Pult, den roten Knopf Vorlich, oder vorlich nicht? Vorlich, oder vorlich nicht? Ich tue gut Ja Worauf hast du geschossen? Oh, ich dachte, da wäre ein Bunker, das habe ich nur eingebildet Worauf hast du geschossen? Ich dachte, ich hätte da unten an uns gesehen, aber das habe ich mir nur eingebildet Ich bin verklemmt Es müsste irgendwie noch einen Punkt sehen Das ist eine Das ist ein Punkt Ich glaube, das ist nicht möglich Ich würde das nicht schaffen Ich habe das auch einen Punkt Ich brauche die Granaten. Ich brauche die Prisbole. 1 aus 5 Generators activated. Schatz! Hallo? Ja. Nein, da ist noch was, da wo ich was war. Ich bin hier zufrieden. Ich bin hier zufrieden. Das war's. Okay Okay Service Ja Wo links? Da lang Ich geh vor Ich bleib hier Warum? Damit er die Nuke nicht ausmacht Welche Richtung? Hier? Ja Alpha Warhead, Emergency Detonation Sequence engaged in the underground section of the Facility will detonate CT minus Ah, schau Ich wusste was mit drin, komm We got the wall Shut up We have always defeated Be gone Oh shit, ich hab keine Muni Ey, dummer Und sie Jede Die 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 Ja, heute gibt's aber leider nur diese scheiß Plastikdinge. Ansehen! Ja, ich bin Lieutenant, ich bin Garth, ich arbeite leckerlst, ich bin Lieutenant, ihr seid Lieutenant, das ist toll. Oh, das ist ziemlich alter Hut, ach man, da war noch Lego etwas Gutes. Moderator? Nein, Lego war nie was Gutes, vor allem wegen den Farbplippen. Moderator? Achso. Hallo. Hier geht ein Wissenschaftler. Die will... Würde ich euch eigentlich als Wissenschaftler töten? Nein, auf keinen Fall, das ist verboten, das gibt die Rechtebanken seit zwei Tagen. Wirklich? Ja. Wir zusammen kooperieren. Wir haben eine Koexistenz miteinander. Ich weiß nicht. Ja. Nur, ich wollte nur nachfahren, damit die keine Rederbache haben. Was ist schon... Nein, es ist Thomas. Noch schlimmer. Ah, ist der Tod. Komm, ich hab ne Karte. Ich weiß, wo 914 ist, komm. Wo ist denn? Ja, zumindest nicht. Bei TRS sehen wir es lang schon. Ich fühle mich hier nicht hier lang zu weit gelaufen. Ja. Tada! Du bist wahrscheinlich sogar hier gesperrt, aber ja. Okay, guten Abend. Alle rein, alle rein, alle rein. Mal eins, eins. Bring, 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 bring. Schnell, 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 schnell. Schnell, schnell, schnell. Wie cool ist es, ist eingestellt. Blumen top. Nein. 1 zu 1. Oh, okay, okay, haben wir. Ohh, der Geld, okay, haben wir. Oh, ich hab 3 in Proff neiget. Ist gemein. Nein. Es ist auch still. Die Geld, lass sterben. Es ist sehr gut. Es steht meine Karte. Es ist sehr gut. Was ist jetzt? Ich denke schon, oder? Roffen wir einfach mal. Ja, dann ist der Roff. Eindeutig Roff. Ich zieh auf. Hallo! Du bekommst sie! Wir haben einen zerstört Opfer. Na warten wir. Du zählst nicht. Wie ist er sicher? Was könnte sein? Ich würde sagen wir auf einen Wissenschaftler. Schau nochmal auf. Ich werde antworten. Hallo. Das bedeutet vielleicht, dass er nicht gerade so smart ist. Naja. Okay, der ist geradeaus. Ja, der ist geradeaus. Also. Da kommt, glaube ich. Ah, hinten ist ein Checkpoint. Und. Ich hoffe, er wird ihn nicht verfolgen. Also. Wenn wir das überleben. Wenn wir das überleben. Kanal abonnieren. Wenn wir das überleben. Oh Gott. Ja. Zumindest hab ich's an der Karte. Den nehm ich mit. Warum ist er rausgeräumt? Nur in Frieden, Philipp. Na. Aber ich frag mich immer, wieso er rausgeräumt ist. Wenn Menschen phallig sind, dann machen sie irrationale Dinge. Oh yeah. Sieht der Hund einem eigentlich, wenn man redet? Ich glaub schon, ne? Nö. Sieht der denn nicht? Nur wenn er nicht durchläuft. Ah. Ah. Oh. Oh. Ich kenne das jetzt mal in Riss oder nicht. Ah. Oh. Das war der Wissenschaftler. Nein. Farbu. Ah. Die wurde von Thomas. Okay. Waffen holen, nicht waffen holen. Dumpflokoty. Waffen holen, nicht waffen holen. Waffen holen, nicht waffen holen. Ja. Holen. Ohne Wissenschaftler. Ja. Damn it, try. Ja. 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 Ich trau dem nicht so ganz. Ich töte euch nicht fast warten. Ja ja. Ich gebe euch rein vor. Ich gebe euch rein vor. Ich gebe euch rein vor. Ja. Ich gebe euch rein vor. Geh weg! Hast du jetzt eine Pistol oder? Yes! Auseinander in was anderes? Ja, ich komme mit der Pistol zurecht! Das ist halt wirklich sehr gut, ne? Sehr gefährlich! Ich bin ein Ganslinger! Ja manchmal komme ich mit der Pistol wirklich besser zurecht als mit der MP Versuch es nicht! Hör auf! Ich bin doch noch nicht am Auto! Ich denke der ist in der Heavy! Hör auf zu rennen Auto! Sorry, meine Augen! Ja, das ist gut für den Hund! Ich bin doch nicht am Auto! Oh, ein Bauch! Ja, das ist gut für den Hund! Gerne damit! Oh, ich hab ihn bei zuerst gesehen! Das ist ungünstig, die Kamera, die wir schon gesehen haben! Oh, genau! Äh! So schnell schießen wir uns auch mit! Da bin ich schon hinter zwei Wochen! Oh! Okay, wir wissen was es ist! Kein PC! Kein Larry! Überrascht! Ich bin mal! Ich bin mal!